Hier meldet sich das Kickers-Stadion Gieberer-Berg. Offcast, der Kickers-Offenbach-Fan-Podcast. Kickers sind wir. Und dann sage ich Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge des Offcast, dem Fan-Podcast von Kickers-Offenbach. Ich bin wie immer der Marco und ich sage einen wunderschönen guten Tag in Richtung Köln. Hallo Sebastian. Hallo lieber Marco, ich grüße dich. Ja, ich habe ja gehört, eigentlich bist du gerade nicht in der richtigen Verfassung, um heute einen Podcast aufzunehmen. Gestern war doch ein längerer Abend, ne? Ja, gestern, das war ganz unverhofft. Ein Kumpel von mir, der zieht aus und ich habe mich ganz Corona-konform, nur in einem Haushalt haben wir uns getroffen und wollten mal noch zum Abschluss ein paar Bier trinken gehen. Also bei ihm daheim. Und aus dem paar Bier wurden dann doch noch ein paar mehr Bier und dementsprechend sitze ich jetzt hier mit großem Schädel. Aber die Kickers haben mich die Endorphine wieder ausschütten lassen und das Kopf für ein wenig verschwinden lassen. Also ich beiße mich durch. Was wir von unseren Spielern erwarten, gebe ich jetzt auch mal vorbildlich weiter und kämpfe mich hier durch den Podcast durch. Ja super, da freue ich mich ja umso mehr, dass es heute geklappt hat, denn wir haben ja gesagt, ja, wir haben gerade das Spiel zusammen geguckt. Ich hoffe, du bist jetzt genauso motiviert, diesen Podcast zu machen. Wir haben 1-0 gewonnen. Wahnsinn, ja. Und wieder 1-0, wieder Zitterpartie. Ich glaube, jetzt das vierte Mal in Folge mit nur einem Torunterschied. Scheißegal, das ist der sechste Sieg in Folge. Sechste? Meistermannschaft. Ja, ich weiß es nicht. So steigst du auf. Also diese ganzen 1-0-Dinger, also du gewinnst nicht groß, indem du hier die Leute 5-6-0 weglatschst und dann da, keine Ahnung, vier unentschiedene in Folge machst. Diese kontinuierlichen 1-0-Siege, 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 mega geil. Also ich bin gerade wieder voll euphorisiert. Freiburg hat verloren. Genau. Unsere Freunde von der anderen Main-Seite haben verloren. Einziger allein Steinbach hat gewonnen, aber gegen die treffen wir ja am Samstag und dann zählt es. Dann werden wir sehen, für was wir diese Saison in der Lage sind. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich komme langsam auch wieder in den Flow. Letzte Woche habe ich noch gesagt, ich zügele mich und ich merke es gerade wieder. Ich bin voller Elan. Ich bin wieder voll und fein. Ja, das ist doch schön. Ich habe ja, geh mal ein paar Podcast-Folgen zurück und hör dir es nochmal an, wo du schon so ein bisschen down warst und ich zu dir gesagt habe, pass 8, hier ist keine Mannschaft, die da oben dominiert. Da ist niemand, der wirklich diese Dominanz, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben mit Saarbrücken, mit Waldorf-Mannheim und so weiter darstellt. Sondern wir brauchen nur wirklich diese eine Folge an Siegen und schon sind wir wieder oben dabei. Und genau da stehen wir jetzt. Wir schreiben den 6.3. Und wir sind 2. mit einem Punkt Rückstand, weil Freiburg hat ja auch verloren in Balingen. Und ja, die Westfaule haben ja auch verloren. Du hast ja vorher noch so gesagt, Ulm macht dir so ein bisschen Sorgen, ne? Ulm, das sind so diese Unscheinbaren. Die pierchen sich da so ein bisschen hinten rein. Die verlieren so gegen die ganz kleinen Mannschaften, aber gegen oben gewinnen die fast alles. Das ist total verrückt. Die, so ganz unscheinbar, die sind jetzt glaube ich 4 Punkte hinter uns noch. Das ist, was ist die Tabelle offen? Ja, genau. Die pierchen sich so langsam, aber sicher kommen die so, wie wir es gemacht haben. Wir sind ja voll rausgeschossen jetzt mit den ganzen Siegen. Und die zügeln sich so unseren Windschatten und schwingen so mit. Und dann, also die machen wir gerade im Moment sehr Sorgen. Natürlich dann Steinbach, die üblichen Verdächtigen. Ich hoffe ja immer noch, dass Freiburg so diese typische Amateurmannschaft oder zweite Mannschaft macht, wo sie dann sagt, sie brechen ein. Ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall mega heiß. Und ja, wie du sagst, vor ein paar Wochen noch zu Tode betrübt. Und jetzt wieder Himmelhoch hier auch. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Also, es ist alles drin. Ich glaube, jetzt haben wir es, wie du schon vorhin erwähnt hast, in der eigenen Hand. Wir spielen ja jetzt, ich glaube, den nächsten Samstag spielen wir gegen Steinbach. Ja, genau. Nächsten Samstag spielen wir gegen Steinbach. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir da die Punkte holen. Beziehungsweise natürlich jetzt aus eigener Kraft uns da oben festsetzen. Ich meine, wir haben ja noch, ja, fast eine halbe Saison zu spielen. Also, sprich, fast die ganze Rückrunde noch zu spielen. So viel haben wir jetzt noch nicht gespielt von der Rückrunde. Also, es ist wirklich noch alles, alles, alles drin. Wir können noch, glaube ich, genauso tief ins tiefe Tal fallen, genau wie wir nach ganz oben schielen können. Also, aber dann auch wieder die Frage. Ich meine, wir haben es ja schon letzte Woche besprochen. Was ist denn dieser moralische Aspekt? Stellen wir mal ein Worst-Case-Szenario vor. Also, die Pandemie, das wird noch ein bisschen dauern. Es hat keinen Bock, sich die Leute impfen zu lassen. Das ist alles so eine Sache. Oder was weiß ich. Der Impfstoff ist nicht da. Oder was weiß ich, was da alles passieren kann. Stell dir mal vor, wir steigen dieses Jahr auf. Eine Feier würde es nicht geben, weil verboten. Dann spielen wir in der dritten Liga weiterhin ohne Fans. Auswärts können wir halt fahren. Und dann Worst-Case-Szenario, wir steigen dann wieder ab. Und dann steigen wir mal wieder ins Stadion und sind in der Regionalliga. Ja, für das Feeling. Hätte man wenigstens mal einen Aufstieg mitbekommen. Ach ja, ich bin ja eher der Meinung, wir steigen auf, steigen dann wieder auf, steigen dann wieder auf und werden Deutscher Meister. Das ist mein Sinario. Damit halte ich dagegen. Ja, die Frage ist, ob ich überhaupt sogar weit hochkommen möchte. Ich weiß ja nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Eigentlich langt ja die Zweite. Ich sag mal so, mir reicht ja erstmal schon mal die Dritte. Also, wenn wir mal nicht nach Steinbach und nach, keine Ahnung, Balingen und wie es nicht alle heißen fahren müssten, sondern vielleicht mal nach Halle, vielleicht mal nach Magdeburg oder sonstiges und wir können dann auch wirklich mal wieder auswärts fahren, würde mir ja schon persönlich reichen. Fürs Erste. Ja, ich meine, wir sind ja wirklich ausgehungert. Der Kollege hier vom Kollektiv hat ja damals im Podcast gesagt, es gibt ja Kigas-Fans, die haben ja nie was anderes gesehen. Die waren dann mal auswärts in Balingen dabei, dann waren die mal auswärts in Balingen oder sonst wo, wo wir überall gespielt haben. Irgendwie, wie hieß das mit der Taubenschaltzentrale Spielberg. Ja, Nöttingen und so weiter, ja. Ganz ehrlich, und ich glaube, mal so eine Auswärtsfahrt mitzumachen, also für mich ist es auch mal wieder so weit, ich hab mal wieder richtig Bock im Zug zu sitzen, ja. Dieses wirklich alle Mann in den Zug rein, früh, morgens, du machst das erste Bier auf, ja. So langsam kommst du in Stimmung, es steigen immer mehr Leute dazu und dann hast du den Zug über, no, Party, das ist doch, das ist doch das, was wir wollen. Ja, ja. Ja, vor allem auch mal wieder Stadien zu sehen, mal abgesehen von unserem Stadion, also was haben wir da groß gesehen an wirklichen Stadien. Da war jetzt Mannheim, klar, Magdeburg, das war ein Stadion, was ich Stadion nennen darf. Klar, die alten Stadien wie Saarbrücken, Kassel und so, klar. Aber ich meine mal, diese neuen Arenen, die haben wir noch gar nicht so gesehen, ne. Also in der vierten Liga, gibt's ja auch nicht. Ich weiß natürlich, ob ich jetzt irgendeinen vergesse. Ja, das ist schon krass, natürlich. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, 19 Jahre alt bist, jetzt seit ein paar Jahren zum Kickers gehst, dann hast du dann wirklich, ja, der Ludwigspark und, keine Ahnung, in Mannheim, war dann das höchste aller Gefühle, was die Stadien angeht. Das ist schon krass, ja. Ich meine, du hast ja mit Dortmund noch ganz andere Dinge gesehen. Da muss man ja, glaube ich, gar nicht mit anfangen. Ja, nicht nur mit Dortmund. Also ich meine, ich bin ja, viele wissen es ja inzwischen, ich bin ja kein Freund der großen, tollen, neuen Arenen, sondern ich bin ja ein Freund der Oldschool-Stadion, keine Frage. Aber ich will halt mal wieder ins Stadion. Ich will halt nicht auf dem Sportplatz. Das ist halt der Unterschied. Ich glaube, diese ganzen Alzenaus und Dreieichs und wo waren wir noch irgendwie, wie gesagt, Spielberg und Waldorf, diesen ganzen Rotz, auf den habe ich keine Lust mehr. Also das würde ich dann vielleicht nochmal ein bisschen hoppen, wenn ich dann Zeit und mal die Muße habe, dazu auf so einen Sportplatz zu gehen. Aber mit den Kickers mal wieder ins Stadion, mal wieder diesen, ja, diesen Support auch der anderen Fans zu gehen. Auch mal wieder auswärts dieser, dieser Macht zu sein, ja. Dieser Zusammenhalt. Auswärts ist doch immer geiler. Und wenn du dann halt in so eine, ja, in so eine Dackelhütte da fährst, das ist doch nichts, ja. Ja, vor allem mal ein Auswärtsblock, der überdacht ist, wenn mal wieder was, ne. Wenn man mal klein anfangen will. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo man das ist letztes Mal. Aber da merkt man ja, dass zwischen uns ein paar Jährchen liegen, ja. Das ist ja diese verwöhnte neue Generation der Fußballfans, die ja alles überdacht haben wollen. Das ist ja, das ist jetzt leider heutzutage... Ich bin generell nur verwöhnt worden von Kickers in den letzten Jahren. Absolut, absolut. Ich meine, guck dir mal heute das Spiel wieder an. Das war ja wunderbarer Fußball. Der Rasen, top gepflegt, super Zustand. Muss man auch nochmal sagen. Die Kameraführung auch top, die Qualität des Streams sehr gut. Und dann dieses Tor direkt aus dem Spiel heraus. Also, ich meine, was wollen wir uns beschweren? Wir haben drei Punkte geholt. Ich höre da ein bisschen ironier aus. Aber im Endeffekt gebe ich dir recht, ja, definitiv. Es geht darum, dass wir gewonnen haben. Wir haben ja nicht mehr schlecht gespielt, wenn wir da unsere Chancen verballert. Ich habe erst gedacht, ach du Scheiße. Es ist Spiegelbild vom Hinspiel. Wir verballern eine Chance nach der anderen und die kriegen wieder irgendeinen durchgeschlupft. Aber es war ja eine kurze, brenzlige Situation, an die ich mich jetzt mit meinem dicken Kopf raus erinnern kann, dass Barling mal bei uns im 16er war. Aber sonst haben wir das eigentlich relativ gut gemacht. Also, war stabil, konstant und vor allem, ja, kontrolliert. Ja, ich denke auch. Also, ich glaube, dieser Ballbesitz-Fußball, wie er gerade von Sreto Ristic gepredigt wird, das funktioniert. Ich meine, sechs Siege in Folge sprechen für sich. Die anfängliche Skepsis, die ja da war, ich glaube, die sollte jetzt inzwischen echt verflogen sein. Ich glaube, wir sind auf einem ganz, ganz guten Weg. Absolut, bin ich voll bei dir, ja. Ja, dieser Ballbesitz-Fußball, den habe ich letztes Mal bei Bayern gesehen. Da unter Guardiola noch. Das war, das erinnert mich so ein bisschen daran. Jetzt fängst du noch an mit Tiki Taka und Barcelona und vergleichst du es mit Kickers Offenbach, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann sagen die Leute, dass ich wenig Ahnung vom Fußball habe. Weißt du, das ist ja das Lustige. Nee, also ich habe das, ich muss ehrlich sagen, diese Flanken kommen wieder an. Also ich bin ja ein Freund von diesen einfachen Dingen. Also bei Kickers Offenbach bin ich mit wirklich ganz einfachen Dingen zufrieden. Also zum Beispiel ein schöner Querpass, der wirklich gut ankommt, ja. Der wirklich mit Gefühl perfekt auf den Fuß geschossen wird. Ich habe immer gesagt, Thorsten Jutsch, der wird so schmerzlich vermisst, weil diese Flanken waren unbeschreiblich. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon, wir nähern uns so langsam an, dass die Flanken gut kommen, ja. Dass die Pässe einfach ankommen und dass das alles wunderbar funktioniert. Also ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Ich denke auch. Was erwartest du denn von einem Spieler, der für Kickers Offenbach spielt? Wenn jetzt schon so diese Grundtugenden anspricht. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also lass uns die Frage doch vielleicht mal ein bisschen generell machen. Was erwartet man, wenn ein Spieler zu Kickers Offenbach wechselt? Was ist denn das, was, also wir haben das nicht vorbereitet, muss man vielleicht noch sagen. Einfach mal, was sind die Dinge, die dir jetzt so spontan einfallen? Ich würde zum Beispiel sagen, ich erwarte, dass dieser Mensch sich damit auseinandersetzt, was bei uns gefordert wird. Ja, also im Sinne von, dass er sich fragt, wer ist Kickers Offenbach? Dass er sich mit der Stellung von Kickers Offenbach im deutschen Fußball auseinandersetzt. Dass hier gefordert wird, dass du wirklich beißt, dass du kämpfst. Und wenn du dann 4-0 verlierst, okay, dann ist es halt so. Wenn du alles gegeben hast, dann waren die anderen halt besser. Das ist in Offenbach, glaube ich, weiterhin Gang und Gäbe, dass das unsere Tugend ist. Aber dass er sich wirklich damit auseinandersetzt, was verlangen die Leute von den Spielern hier. Das ist so etwas, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist. Ja, finde ich gut. Ich hätte mir auch mal so gedacht, eigentlich müsste man es zur Pflicht machen, da ist jeder Neuzugang. Erst mal ins Fernradio geschickt werden, ins Fernmuseum geschickt werden. Ins Fernradio werden sie ja geschickt. Ins Fernmuseum geschickt werden, dann wahrscheinlich eine schöne Führung bekommen. Also das wäre doch mal, dann mehr Identifikation am Anfang kriegst du doch gar nicht. Dann weißt du halt auch, was Kickers Offenbach ausmacht. Ich meine, mehr Ahnung über Kickers Offenbach als die Jungs im Fernmuseum haben, glaube ich, weniger. Und dann vor allem auch dieses Feuer zu spüren. Ich möchte das gerade noch verschärfen. Ich möchte nicht, dass die dahin geschickt werden, sondern ich möchte, dass die sagen, hey, ich bin jetzt bei Kickers, ich gehe jetzt freiwillig ins Fernmuseum. Also ich weiß vom Frekel, dass es viele Spieler gab, einige Spieler gab, die, bevor die den Verein verlassen haben, nochmal vorbeigekommen sind. Oder wer in der Zeit, bevor sie hier waren, sich damit auseinandergesetzt haben, das Trikot dargelassen haben, Unterschriften geleistet haben und so weiter. Also quasi ihr Mosaiksteinchen dort gelassen haben in der gesamten Historie von Kickers Offenbach. Und das finde ich unglaublich toll, dass die Spieler das machen. Und ich finde es total schade, dass so viele Spieler es nicht machen. Okay, wir haben aktuell Corona-Pandemie etc. Da kann man verstehen, dass man vielleicht jetzt aktuell nicht dahin geht. Aber es ist in den letzten Jahren ja schon so gewesen, dass viele Spieler nicht gekommen sind. Ich finde, das sollte so ein intrinsischer, also wirklich von sich selbst herausgewollter Pflichttermin sein, dass man sich damit auseinandersetzt. Ja, das wäre eine gute Eigenschaft auf jeden Fall. Gut, die Jungs müssten erstmal wissen, dass es sowas gibt. Also klar, stell dir mal vor, du bist jetzt Spieler, keine Ahnung, kommst aus dem Norden, aus Kiel, wie auch immer, kommst nach Offenbach, woher sollst du wissen, dass es ein Fanmuseum in Offenbach gibt. Klar, das ist dann so ein Schritt. Aber auf jeden Fall, dass man hingewiesen wird und dann den Spielern selbst überlässt, ob sie hinkommen. Und dann ist es eine Charakterfrage, ob du es auch wirklich machst und dich dann mit dem Verein auseinandersetzen willst. Das ist auch, glaube ich, eine Eigenschaft, die jeder Spieler haben sollte. Und ich glaube, ich nehme das vielen Spielern auch gerade ab, dass sie wirklich auch für Kickers Offenbach kämpfen. Also die heucheln nicht groß rum, da wird sich nicht irgendwie, wie einige Spieler aus der letzten Saison, irgendwie nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel auf die Brust gehauen, aufs Kickers Trikot, aufs Locken gehauen. Und dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr später ist diese ganze Liebe auf einmal komplett verflogen. Ich finde, wir haben also diese Ehrlichkeit, die finde ich wichtig. Und diese Authentizität, das ist ein ganz großes Ding. Und vor allem diese Kampfsachen, klar. Weil da guckt ihr die Spiele wie André Hahn an oder so. Der war nie irgendwie groß der Techniker. Das war der Kämpfer schlechthin. Ein Sascha Korb, was der kämpft, spielt jetzt auch Dritte Liga. Ein Robin Scheu, bei uns nicht groß wirklich Stammspieler gewesen, öfter mal ein paar Spiele gemacht. Zweite Liga jetzt bei Sandhausen. Aber das sind keine großen Techniker, sondern wirklich diese kompletten Kämpfertypen gewesen. Und so was, solche Leute, ja, so Spieler wünsche ich mir in Offenbach. Klar, du brauchst die spielerische Komponente auch. Aber wenn du darum rum so eine Kämpfer-Truppe baust, dann haben wir viel Spaß. Und ich glaube, das wollen auch die meisten in Offenbach. Ich glaube, dann hast du auch die Chance, wirklich hier deine Spuren zu unterlassen. Also ich möchte einfach mal den Christian Kappek mal als Beispiel nehmen. Ich meine, der hat wo überall gespielt in seinem Leben. Aue oder Chemnitz oder am Ende ja sogar noch Wien, Wiesbaden und so weiter. Aber womit identifiziert er sich denn so wirklich? Mit dieser Viertliga-Truppe bei Kickers Offenbach. Und er ist weiterhin mit uns im Kontakt, also sprich mit den Fans im Kontakt. Er ist weiterhin, ja, ich lache gerade, du hast Kopfschmerzen. Ich sehe dich gerade im Bild. Also alle, die es jetzt nur hören und nicht sehen können. Oder ihr könnt es natürlich nicht sehen. Aber der Sebastian kämpft gerade in diesem Podcast. Also Wahnsinn. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was gegen Kater hilft, außer Konterbier, weil das hat er nämlich schon gehabt wahrscheinlich, dann lasst es doch einfach mal als Tipp da. Nein, nochmal zurückzukommen zu Christian Kappek. Genau das ist es doch einfach. Wenn du dann wirklich diese Allüren an den Tag legst und du sagst, hey, hör mal zu, ich identifiziere mich in dem Verein dadurch, dass ich mich damit auseinandersetze und hinterlasse meine Spuren. Und das bleibt dann noch so ein bisschen. Auch hier zum Beispiel André Hahn, ja. Ich meine, der hat danach, hat er sogar Nationalmannschaft gespielt, ein Spiel oder sowas. Irgendwie so war da was, ne? Ja, ich glaube. Also ich meine, erste Liga hat er sich festgesetzt. Der ist wirklich ganz nach oben gekommen. Und ist ja eigentlich gar kein Offenbacher oder sonst irgendwas, sondern er war ja beim HSV, glaube ich, in der zweiten. Ich bin mir nicht jetzt ganz sicher. Genau, beim HSV in der zweiten, später dann zu Tusk Koblenz und dann zu uns. Aber mit uns identifiziert er sich dann doch dort am meisten von seinen, ja, ich sag mal von seinen Beginn. Und das ist halt etwas, was ich halt total schätze und mich total schön finde. Ja, absolut. Vor allem, dass die Spieler halt auch merken, woher diese Magie für den Verein kommt, der uns halt auch bündelt und fasziniert. Und das ist ja nicht einfach nur der Herr gesagt. Ich meine, viele Vereine sagen, sie sind was Besonderes, toller Verein und vermarkten sich dann groß. Na ehrlich, das machen wir ja gar nicht, zum Beispiel der OFT. Der vermarktet sich ja nicht groß. Aber von uns kommt es von innen raus. So dieses Kultige, das ist einfach, das ist da. Und wenn du das als Spieler halt auch siehst und wahrnimmst, dann, glaube ich, bleibt hier der Verein auch im Kopf, so wie es zum Beispiel in Christian Kabeck bleibt oder im André Hahn, wie du es gerade gesagt hast. Ja, das ist der große Unterschied, was uns vielleicht von anderen Vereinen unterscheidet, dass irgendwo groß die Marketing-Trommel getrommelt werden bei uns, halt wirklich, dass von innen rauskommt. Ja, was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Also ich meine, wenn man jetzt so lange für die Liga spielt, also womit will man groß Marketing machen, außer mit dem Mythos. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wir fassen zusammen. Also wir laden oder sagen einfach mal ganz ehrlich an alle Spieler, die uns ja auch zum Teil zuhören, wie ich jetzt schon mitbekommen habe, die haben uns ja auch zum Teil geschrieben, geht mal beim Freckel vorbei ins Fanmuseum und schaut euch das mal an. Das dauert nicht lange. Ja, man kann sich das wirklich mal, was ist die Historie des Vereins, sich mal wirklich anschauen lassen. Freckel hat ja zu jedem Exponat eine Geschichte, ja, zu jedem Fetzen, der da rumfliegt, gibt es ja wirklich eine Historie, die ja total spannend ist und einfach mal zu sehen, was sind die Wurzeln des Vereins, für den ich gerade spiele. Ich glaube, das sollte so ein Pflichtprogramm sein. Ja, finde ich auch eine wichtige Sache. Ja, was ich zum Beispiel auch sehr wichtig finde, wenn Spieler zu uns kommen, ist, dass sie wirklich fannah sind. Also ich meine, dass sie wirklich, ich sage mal, nicht unerreichbar sind für den einzelnen Fan, dass sie zum Beispiel, ja, ich sage mal, zu der Tribüne kommen und wenn jetzt Fans natürlich im Stadion sind, dass sie dann auch, ja, die Fans nochmal anheizen oder einfach, ich kann das nicht beschreiben. Also es gibt ja so diese Spiele, die diese Fannähe haben und die Spieler, die einfach schnell wieder verschwinden und einfach diese Fannähe. Es gibt ja auch verschiedene Diskussionsforen. Ich meine, es gibt ja Möglichkeiten, irgendwo in der Kneipe sich zu treffen, zu dem Spielertreff, der da ab und zu mal stattfindet. Und es gibt die Kickers-Feste, also alles, was dazugehört. Ich finde, sowas ist super wichtig, dass die Leute auch daran teilnehmen. Ja, ich finde, das macht der Verein aber auch ganz gut, dass da wirklich so eine Bindung hergestellt wird, auch mit diesen Spielertreffs. Ich habe es mir schon so oft vorgenommen, mal teilzunehmen. Die sind ja mittlerweile auch digital gemacht, habe ich es genau null Mal bis jetzt. Aber das finde ich wichtig, dass das gemacht wird und dass da auch vom Verein da wirklich zumindest eine Initiative ergriffen wird, das eben mit diesen Festen dann auf dem Wilhelmsplatz, jetzt durch Corona halt nicht, aber sonst, dass da so wirklich so, ja wie du sagst, so Verknüpfungspunkte geschaffen werden. Natürlich auch für die jungen Fans mega geil. Also wenn du jetzt, kleine Ahnung, kleiner Stöpsel bist und acht, neun Jahre alt bist, du kennst den Spieler zwar nicht, aber du findest voll geil, weil, boah, er ist ein Fußballspieler. Das ist ja schon so eine kleine Magiewirkung. Und ich sage mal, auch für uns. Also selbst wenn wir mit Spielern reden, ist ja cool. Man ist ja trotzdem immer so ein bisschen ehrfürchtig. Scheißegal, ob der Typ jetzt, keine Ahnung, fünf Jahre jünger ist als einer selbst. Aber die Spieler, die spielen für Kickers Offenbach und dann sind die irgendwie so ein kleines Heiligtum. So ist es bei mir zumindest immer. Aber es ist ja so, unser Verein ist ja nicht nur, ja, Oldschool und Historie, sondern unser Verein ist ja auch so modern, dass natürlich auch in den Social-Media-Netzwerken beziehungsweise in den sozialen Medien unterwegs ist. Es gibt ja diverse Facebook-Seiten, es gibt Seiten von, ja, ich glaube Instagram sind die unterwegs. und so weiter. Thomas Obotzik ist ja auch bei Instagram und so weiter. Und in den letzten Wochen, Monaten gab es ja immer mal wieder vermehrt die Diskussion auf unserer Social-Media-Seite. Ich glaube vor allem bei Facebook, dass die Leute in den Diskussionen einfach dann gesperrt werden. Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen, finde ich, ja, schwierig, sagen wir es mal milder ausgedrückt. Also, ich bin, ja, ja, nee, also es geht nicht. Also wenn du, wenn du, wenn du ein Verein bist, dann hast du auch damit zurechtzukommen, wenn es mal Stimmen gibt, die nicht irgendwie deiner eigenen Meinung entsprechen. Du musst eine Diskussion zulassen. Davon lebt ein Verein, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob es jetzt passt oder nicht, das ist egal. Also klar, unter der Gürtellinie, wenn du irgendwie beleidigend gegenüber Personen wirst, was auch immer, das gehört gesperrt, keine Frage. Aber kritische Anmerkung, wo ich jetzt auch, du kritisch schon so, wo ich jetzt, denke ich, weiß, worauf du hinaus willst. Du hast ja auch schon eigene Erfahrungen damit gemacht. Aber natürlich, klar, ich erkehre es ganz kurz. Es war ein lauer Sommertag. Ich saß in Krakau in Polen. Ich glaube morgens um elf bei einem Frühschoppe in der Bar. Und ich glaube, das war die Europameisterschaft U21 vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube 2017. Und da haben wir dann eine Polentour gemacht. Und da habe ich dann so ein bisschen online kommentiert. Und auf einmal, zack, war ich gesperrt. Also ich kann die Kickers-Offenbach-Seite zwar noch sehen. Die wird mir mein Feed bei Facebook nicht mehr angezeigt. Aber ich kann nichts mehr kommentieren. Ich kann nichts mehr liken oder Ähnliches. Ähnliches. Da bin ich jetzt wirklich seit inzwischen vier Jahren, das ist jetzt fast vier Jahre her, bin ich da gesperrt in meinem Account. Und damals war ja der Auffuhr noch nicht so groß. Also ich habe dann mal eine Nachricht an die geschickt. Das hat die auch nicht wirklich gejuckt. Ich war damals, also ich bin, man kennt mich ja jetzt inzwischen so ein bisschen vom Bord. Ich bin schon ein sehr kritischer Geselle. Und ich kann ja auch nicht zurückhalten. Ich muss meinen Senf dann oft abgeben. Und manchmal auch mit einer gewissen Prise Ironie. Und ich glaube, darauf kamen die Damen und Herren dann nicht klar. Und der einfachere Weg ist natürlich, bevor man sich damit auseinandersetzt, einfach die Leute da rauszuschmeißen, finde ich nicht gut. Also ich positioniere mich jetzt auch mal ganz klar. Es gibt ja auch kritische Stimmen zum Beispiel gegen uns oder Sonstiges. Also dann sagt es doch einfach. Dann können wir es offen gerne diskutieren. Wenn man was gegen den Verein hat, wenn man etwas gegen, ich meine, man hat ja nichts gegen Kickers Offenbach per se. Wir sind doch alle Fans, verdammt nochmal, weißt du? Sondern es ist ja einfach, es ist eine Entscheidung getroffen worden, es ist ein Trainer rausgeflore, es ist ein Spiel verloren. Scheißegal, was da los ist. Dass Firat widerspielt oder es gibt ja diverse Punkte, die diskutabel sind. Und dann auf einmal halt sozusagen, nö, wir sperren den jetzt. Das ist halt schon schwierig. Also das ist halt Zensur. Ich meine, klar, solange es jetzt nicht rassistisch beleidigend oder sonst irgendwas ist, ist das für mich legitim, dass das halt so da breit getreten wird, beziehungsweise da breit diskutiert wird. Und ich finde es halt schade, dass so viele Leute gesagt haben, dass sie gesperrt worden sind. Vielleicht kann der Verein da ja nochmal drüber schauen. Ja? Ja, finde ich auch. Also wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, von einem anderen Verein kommt und dann Kurs erzählen will, ja, wie, keine Ahnung, wie scheiße der OFC ist, was auch immer, klar, dann kannst du die Leute sperren. Das ist keine Frage. Aber eigene Kickers-Fans, die dann irgendwie unzufrieden gerade sind, oft dann auch natürlich zu Recht unzufrieden sind, die zu sperren und die in ihrer Meinung dann auch zu beschneiden, das ist frech. Das macht man nicht, auf keinen Fall. Also das ist, ich glaube, dass wir uns beide relativ einig, dass das so ist. Ich habe auch auf YouTube jetzt gesehen, kannst du gar keine Kommentare mehr hinzufügen an den neuen Pressekonferenz-Videos. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert, das ist mir nur letztens zufällig aufgefallen. Tja, tja. Also ich weiß auch nicht. Ich bin ja, wie gesagt, wir sind kritische Gesellen. Bei uns darf man kommentieren. Wenn euch irgendetwas gefällt, wenn euch irgendetwas nicht gefällt, schreibt uns oder ruft uns an. Manche kennen ja schon inzwischen unsere Telefonnummern. Ja, wir sind gerne bereit, alles zu diskutieren. Jeglicher Einwand ist gerne gesehen, denn, das spreche ich jetzt ja ganz bewusst an, die letzte Folge von uns, die wir eigentlich gar nicht so gut fanden, die aber sehr, sehr positives Feedback bekommen hat, die hat dann doch ordentlich polarisiert. Sebastian, erzähl doch mal, was war denn so die Stimmen, die dann irgendwie so gekommen sind, nachdem wir die Folge veröffentlicht haben? Ja, die Wortlaute kann ich jetzt nicht mehr nennen gerade, aber das war allgemein extrem positiv, was das für ein geiler Podcast gewesen wäre und es wäre die beste Folge und wirklich komplett von allen verschiedenen Seiten, das waren jetzt nicht nur einzelne Leute, sondern ganz viele haben einfach geschrieben, boah, beste Folge überhaupt mir. Ich weiß noch, wir haben den Podcast beendet. Ich dachte, oh, das ist heute eine scheiß Folge gewesen. Weißt du, war so ein bisschen geknickt, irgendwie war es nicht so. Und auf einmal wirklich richtig gut. Ich habe mich ja auch gefragt, was war so geil? Also natürlich wollen wir euch das immer bieten und ich habe auch gesagt, Marco, lass einfach jetzt Schluss machen. Jetzt sind wir ganz hoch angekommen. Besser wird es nicht. Ja, man soll aufhören, wenn es am besten ist. Nee, aber dann einfach, vielleicht können das die Leute auch nochmal benennen, was denn so gut daran war an dieser Folge. Wir haben das dann ja auch über YouTube, über die Kommentare war das ja genauso. Da haben auch die Leute geschrieben. Ja, was für eine geile Folge, wie super und klasse. Und dann natürlich unser Spezialgast, in Anführungszeichen, hat er, glaube ich, nochmal sein Übriges dazu getan. Das war, glaube ich, ein richtig guter Punkt für alle. Ich verrate es jetzt nicht, was da war. Hört euch die letzte Folge an, wenn ihr es euch gemacht habt. Da ist eine kleine Überraschung verpackt. Ja, vielleicht war das so auch mit einem ausschlaggebenden Punkt. Weil das natürlich auch eine Granate war auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite haben die auch gesagt, ja, allgemein war es super aufgebaut. Also keine Ahnung, aber ich konnte es nicht so richtig festmachen. Und deswegen wäre vielleicht mal ganz interessant zu sehen, warum, was war denn so gut? Dann können wir euch das vielleicht öfter bieten. Genau, richtig. Einige haben gesagt, sie hatten Gänsehaut. Und wir haben uns die Folge dann mehrfach angehört und so gedacht, wo denn? Aber dann irgendwie, ja, jeder hat natürlich seine eigene Meinung dazu. Wir fanden es total schön, dass so angekommen ist. Aber jetzt auch die andere Seite. Wir wurden ja auch kritisiert. Also da will ich mal eine Kritik vielleicht hervorheben. Und zwar haben wir uns ja darüber unterhalten, dass wenn wir Heimspieler haben, eine gewisse Gruppe von Fans am Stadiontor steht, hinterm Zaun und den Verein damit unterstützt. So, man muss jetzt der Fairness-Halber natürlich sagen, also das sind nur ein paar Leute. Ich glaube, es waren zehn an der Zahl ungefähr. Die haben alle ihren Abstand eingehalten, alles Corona-konform und alles cool. So, das ist die eine Seite. So, jetzt haben diese Leute, die das gemacht haben, die haben sich gemeldet. Und die haben gesagt, hey, ihr habt aber eine ganz kontroverse Meinung dazu, weil ich gesagt habe, Leute, lasst den Scheiß doch einfach sein. Also ich meine, am Anfang hatte ich ja nicht so eine wirkliche Meinung dazu und später habe ich gesagt, lass es doch einfach, scheiß doch drauf. Jetzt mal ganz im Ernst. Und ich sage euch jetzt auch mal ganz genau, warum ich das gesagt habe. Wie gesagt, im letzten Podcast schon mal erwähnt, wenn einer nach, ich glaube, es war auch Baling ohne H, ich weiß es nicht, oder mit H, irgendwo haben wir gespielt, Baling, da ist ja dann unser Kollege Alexander hingefahren mit einem Freund und die haben dann zu zweit das Spiel geguckt, mit der Mannschaft dann gefeiert, hinterm Zaun, alles cool. Das ist eine spontane Aktion. Direkt danach wurde im Netz dazu aufgerufen, dass alle zum Biberer Berg kommen sollen. Zum Glück waren es nur zehn Mann. De facto hätten aber auch Hunderte kommen können. Und dann hätten wir wirklich ein riesengroßes Problem gehabt. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie ein super, ja, weil ich jetzt so ein superkonformer Mensch bin, der sich immer an die gesamte Politik hält, sondern weil ich wieder sage, verdammt nochmal, diese Politik und diese Regeln, die sind alle so undurchsichtig und so unberechenbar, dass halt etwas passieren kann. Also es werden Menschen verhaftet in Deutschland, weil sie verdammt nochmal ihre Maske nicht richtig aufhaben. Also so langsam drehen, glaube ich, ganz viele Menschen, Politiker und so weiter am Rad. Und um dieses Risiko einfach zu entgehen, bleibe ich persönlich zu Hause und finde das nicht in Ordnung. Weil, ja, vielleicht sind heute zehn Leute da, morgen 15 oder übermorgen 30 und so weiter und so fort. Dann wird dann schön Schoppe getrunken, die stehen dann zusammen und erhalte sich. Und schon, ja, ich meine diese, dass du nicht mehr Corona-konform bist, das ist ja manchmal wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Unterschied. Ja, ein ganz kleiner, feiner Unterschied zu Corona-Konformität. Und auch da unterstütze ich die Aussage von Thomas Sobocik, ist natürlich, dass er auch gesagt hat, ey, alles cool bisher, aber die Gefahr besteht halt, dass zu viele Leute kommen, beziehungsweise dass es aus dem Ruder gerät. Und deswegen, es wird nicht verboten, weil es ja alles cool ist, aber ich persönlich sehe es kritisch. Wie siehst du es? Ja, kann ich dir zustimmen? Du hast eigentlich schon alles vorweggenommen, wie es denn meine Meinung war. Und da klar ist, haben sich dann viele Leute gemeldet auch, die dann auch mit uns in Kontakt getreten sind und sich entsprechend äußern wollten. Und ja, also wir haben ja auch nie gesagt, also wir haben ja im Letzten auch gar keine große Stellung bezogen, haben wir nicht gemacht. Und dafür wurden, trotzdem wurden wir irgendwo kritisiert, aber trotzdem finde ich es auch wichtig, dass die Leute sich dann auch die Möglichkeit haben, dass sie zu uns kommen und ihre Meinung äußern können. Genau. Und ja, das ist ja auch, glaube ich, so der Hauptpunkt, weil sonst wären wir auch kein Deut besser, wenn wir sagen, hey Kickers, ihr sperrt die Leute und wir machen es dann genauso und antworten dann einfach nicht drauf. Also wenn da irgendwie so, wenn Leute nicht konform mit unserer Meinung sind, dann ist das in Ordnung, dann können wir darüber reden. Und ja, also auch jetzt nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, sehe ich eins zu eins wie du. Es ist einfach, haben sie auf dem Fanradio vorhin nochmal gesagt, da waren die Leute ja wieder da. Und es ist ja scheinbar alles Corona-konform abgelaufen, die Polizei war da. Solange das so in Ordnung ist, ist ja okay. Also da kann man den Leuten ja auch wenigen Vorwurfs machen, aber sobald das mehr wird, haben wir halt ein Riesenproblem. Und dann ist es auch scheißegal, ob es vorher zehnmal gut gegangen ist. Wenn es beim elften Mal nicht gut geht, dann ist halt das Problem da, weil das Zehn vorher sieht dann keiner, sondern dieses elfte Mal halt dann. Und dann haben wir wieder die Scheiße am Schuh und müssen uns dann irgendwo, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, meine Meinung geäußert, dass wir dann irgendwo auf einer Bildtitelseite sind. und dann da steht ja, Kickers-Fans halten sich nicht an Corona-Regeln. Dass es davor zehnmal gut gegangen ist, wird in diesem Artikel nicht genannt werden. Aber ja, ich meine, es ist ein bisschen müßig auch da so drüber zu reden, weil ich glaube, eine große Änderung wird es auch nicht geben. Also ich glaube auch, wir alle wollen raus. Ich meine, wir alle wollen Stadion. Ich kann mich mit diesem ganzen Kickers-TV, und wenn es überhaupt bei mir funktioniert, kann ich mich einfach nicht identifizieren und die Stimmung kommt bei mir nicht an. Ich schreie beim Tor, habe ich beim 1-0 geschrien? Nö. Ich habe gesagt, cool, 1-0. Um das Kickers-Gefühl zu bekommen, bin ich dann letzte Woche mal wieder ins Fanmuseum gefahren. Darf ich das eigentlich so sagen? Es war Corona-konform. Ich war beruflich unterwegs, das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, dass ich im Fanmuseum und auch bei, ich habe den Mirko besucht auf der Arbeit, und da war ich beruflich unterwegs, weil wir da etwas gemeinsames planen, eine gemeinsame Aktion, und dann hatte ich auf einmal wieder Kickers-Gefühl. Weißt du, wenn du dann so in diesem Museum stehst, und da waren dann noch ein paar andere Leute dabei, auch der Tobias, der uns immer fleißig zuhört und ein großer Fan vom Podcast ist. Es war dann auch ganz cool, dann mal wirklich in den direkten Dialog zu kommen. Es war ganz schön. Und dann hatte ich dann wieder auf einmal Kickers-Gefühl. Aber wenn ich hier am PC sitze und mir das ganze Spiel angucke, habe ich das nicht. Und natürlich habe ich dieses Verlangen, endlich wieder ins Stadion zu gehen. Ich war auch wieder beruflich, letzte Woche Donnerstag, an Meppen vorbeigefahren, im Emsland da oben. Und da musste ich einfach mal ganz kurz rausfahren und mich nur ganz kurz ans Stadion dran stellen, weil ich einfach neben einem Stadion mal wieder stehen wollte. Also das ist halt schon wirklich, dieser Drang ist da. Dennoch, ich würde halt zum Heimspiel nicht gehen. Ich würde jetzt einfach nochmal aussitzen, einfach warten. Und ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Die kann man hier auch kundtun. Last but not least, ganz wichtig, das ist ja ein Podcast von Fans für Fans. Wir haben ja schon die ganze Zeit mal drüber philosophiert, wenn so ein Fan wirklich 20, 30 Minuten, manche wollen ja nicht in den Podcast reinkommen als Gäste oder ähnliches und lange philosophieren. Wir haben ja mal die Idee gehabt, dass wir mal eine Handynummer bereitstellen mit WhatsApp, wo Leute uns Sprache schicken können. Das sollten wir uns echt mal überlegen, ob wir es nicht mal machen. Dann kann jeder uns Fragen stellen, Diskussionspunkte geben, Meinungen präsentieren und so weiter, die halt dann entweder 30 Minuten lang sind oder nur eine Minute. Und die würden wir dann hier einbauen. Dann hätten wir auch eine Grundlage. Das sollten wir doch echt mal angehen. Ja, das wäre eine coole Sache. Also ja, das ist, wir haben es ja jetzt, kriegen es ja langsam technisch auch realisiert. Genau. Nach unserer nächsten Aufrüstung, wahnsinnig innovativer Podcast. Ich merke schon. Nein, dass jeder auch Teil von diesem Podcast ist. Ich meine, wir sind ja auch nur die Rausschreier. Also das ist ja für alle. Also wir werden ja ohne andere, also ohne Kickers-Fans wird uns ja auch keiner hören. So ehrlich muss man ja sein. Und wir machen das, wir machen das für Kickers-Fans. Und die sollen natürlich genauso ein Teil davon sein. Ihre Meinung zu allem kundtun, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt oder so. Dann müssen wir jetzt, unsere Aufgabe ist dann halt nur, ja, eben eine Nummer bereitzustellen. Und dass ihr da über WhatsApp oder was auch immer uns Sprachnachrichten schicken könnt, und dass wir die hier schön verbauen können. Ja, das finde ich eine gute Idee. Das machen wir diese Woche. Dann besorgen wir mal da eine Nummer und dann könnt ihr wirklich live teilnehmen, eure Meinung breittreten oder auch sagen, hey, ich habe hier ein Thema. Und zwar, das und das ist passiert. Meine Meinung dazu ist das. Was sagt ihr dazu? Oder einfach nur Fragen stellen oder ähnliches. Also ihr könnt uns jederzeit schreiben, auch gerne Feedback dann darüber geben. Und wir spielen das dann gerne im Podcast ein. Denn uns gehen ja auch so ein bisschen Themen aus. Aber vielleicht ein wichtiger Punkt noch zu dieser letzten Folge. Ich habe auch ein bisschen Kritik bekommen, weil ich die Diversity-Fahne genannt habe. Was heißt Kritik? Warum? Die Frage war, warum hast du ausgerechnet diese Fahne genannt? Hast du eine Bindung zu dieser Fangruppierung oder ähnliches? Und jetzt möchte ich mich einfach mal ganz klar positionieren. Ich gehöre nicht zu dieser Fangruppierung. Ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Also ich glaube, diesen Teil vom Kollektiv, ich muss ganz offen zugeben, ich weiß es wirklich nicht, wer das ist. Und ich weiß auch nicht, wer dahinter steht und welche Leute das sind. Sondern wir haben ganz klar und offen einfach nur über die Fahnen gesprochen. Welche Fahnen uns wirklich am meisten ansprechen. Und ich finde halt diesen Begriff Diversität bzw. Diversity auf Englisch, den Begriff, den finde ich schön. Also das Wort. Unabhängig von Gruppierung, Herkunft, welche Leute stehen dahinter oder sonstiges. Weil wenn es darum gehen würde, müsste ich jetzt zum Beispiel sagen, die Kollektivfahne finde ich cool, weil ich die Jungs vom Kollektiv ganz nett finde. Oder Seldas Taunus finde ich cool. Oder weil ich den Typen von Seldas Taunus gut kenne. Also nee, darum ging es ja gar nicht. Sonst ging es ja wirklich um die Fahnen per se. Und ich finde dieses Wort Diversity ganz schön, weil es einfach diese Vielfalt beschreibt auf der Bühne. Ich habe keinerlei politische Hintergründe da an dieser Stelle. Oder im Sinne von, dass ich jetzt hinter den Menschen stehe, die das gerne machen oder die zu dieser Fangruppierung dazugehören. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, ich kenne ihn noch nicht mal. Und ich zähle mich auch, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ich zähle mich auch sonst zu keiner Fangruppierung. Also Marco gehört zu keinem Fanklub im Gegensatz zum Sebastian. Du gehörst ja hier zu den Hooligans aus Köln. Absolut. Absolut. Genau. Und ich zähle mich zu keiner Fangruppierung. Ich bin Mitglied in keinem Fanklub. Also ich bin einfach ich. Und tatsächlich bemühe ich mich, mit jedem klarzukommen. Also das ist ja, glaube ich, so vielleicht auch ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich bemühe mich. Sehr gut. Aber ich glaube, wenn die aufs Konz-Flagge mal anfragt, ob du Mitglied werden willst, dann würdest du da Ja sagen. Nee, ich von außen. Ey, sofort. Sofort. Also tatsächlich habe ich mir sogar, also ich habe mir diese Szene, nach unserem Podcast, habe ich mir diese Szene noch zwei, drei Mal wieder bei YouTube angeguckt. Ich bin immer noch unendlich glücklich, dass es sowas gibt. Also früher war es wirklich so, wenn es mir mal schlecht ging, es gibt so eine schöne Doku, die heißt Vier Minuten im Mai über diese verlorene Meisterschaft von Schalke. Ich glaube 2000, ich weiß gar nicht, 2001, wo Patrick Andersen in der letzten Sekunde in Hamburg irgendwie für die Bayern das Tor geschossen hat. Das habe ich mir immer wieder früher gerne angeguckt, um wieder glücklich zu sein. Das wurde jetzt so ein bisschen ersetzt durch diese durch diese Rostock-Nummer beziehungsweise durch Alfons Berg aus Konzert. Also das ist grandios. Sehr schön. Das wäre vielleicht dann auch, wenn wir das mit der Nummer hinbekommen, echt mal ganz geil, die Person, wenn sie jetzt hier zuhört, die diese Flagge dann damals auch entworfen hat, dass sie vielleicht mal kurz eine Sprache nachher schicken können, wie diese dann auch entstanden ist. Ich meine, ich habe das irgendwo mal, gab es glaube ich mal im Erwin oder so einen Bericht darüber, aber ich habe den leider nicht mehr gefunden. Das wäre mal ganz geil, wenn man da einfach mal kurz Kontakt aufnehmen könnte mit uns, weil, dass wir diese Story auch mal dann im Audio festhalten können, weil das ist einfach alleine, ja, ich kriege schon wieder fast einen Lachraum, wenn ich darüber nachdenke, wie genial diese Idee ist und diese Flagge ja mit weiterspielen Weltklasse. Also das ist Kreativität hoch 10. Richtig geil. Richtig geil. Ja, tatsächlich, also ich bin auch ein Riesenfreund davon. Ich bin auch ein Riesenfreund davon. Aber wenn wir jetzt schon mal hier so bei Namen sind, wir haben ja auch was Positives zu verkünden. Wir spielen nicht mehr im Sparda-Bank-Hessen-Stadion, sondern wir spielen wieder im Stadion am Bibererberg. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gar nicht mitgekriegt, warum und wieso. Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Du hast es mir ja geschickt und hast gesagt, guck mal, krass, wir sind wieder offiziell nur noch Stadion am Bibererberg. Ich weiß gar nicht, warum. Also im Endeffekt verkauft man es jetzt so, dass es 100 Jahre Bibererberg, also ich glaube, vor 100 Jahren ist es das erste Spiel da gewesen, 1920, meine ich gelesen zu haben. Aber wir haben ja 21. Ja, dann war es 1921. Und ich glaube, 1920 war das erste Spiel und 1921 das Eröffnungsspiel. So irgendwie war das. Einweihung oder so. Ja, ja, genau. Und dann verkauft man es jetzt natürlich so, da haben sich das verschiedene Sponsoren, Sparkasse war dabei. Ich fange gar nicht an, die aufzuzählen, weil sie eh nicht alle merken kann. Auf jeden Fall verschiedene Sponsoren haben das jetzt möglich gemacht, dass es wieder Bibererberg heißt. und man verkauft das jetzt halt schön nett, so 100 Jahre Bibererberg. Schöne Sache. Im Endeffekt wird es so gewesen sein, Vertrag ist ausgelaufen. Man hat natürlich Corona-bedingt gerade keinen gefunden, ganz klar. Aber trotzdem eine schöne Sache, dass man dann nicht irgendwie krampfhaft versucht, irgendwie einen neuen Namen zu finden, sondern dann wirklich sich wieder mal, wirklich das auch diese 100 Jahre als Anlass nimmt und sagt, hey, wir spielen wieder auf dem Bibererberg. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Also in mir sind wirklich richtige Jubelströme ausgelöst worden. Als ich das gelesen habe, Kickers Offenbar spielt wieder im Stadion am Bibererberg. Richtig, richtig geil. Obwohl es nur ein Name ist, hat das, ich meine, für uns war es immer der Bèche oder wird auch immer der Bèche bleiben, wird immer der Bibererberg sein. Aber trotzdem, das nochmal zu sehen, dann auch dieses, die haben ja auch den Schriftzug geändert, dann Stadion am Bibererberg, richtig, das macht mich richtig glücklich. Das war echt so ein kleines, kleines erstes Highlight dieses Jahr oder ein weiteres Highlight dieses Jahr, dass wir wieder auf dem Bibererberg spielen. Das hat mich wirklich, also vielen Dank auch an die Leute, die das möglich gemacht haben. Das hat mich wirklich richtig, richtig, richtig glücklich gemacht, muss ich sagen. Also ich merke, ich bin wieder hier der Boomer in der ganzen Runde, weil ich bin zum Beispiel, mir ist das ganz offen gesagt, scheißegal. Für mich war das Stadion Bibererberg, war das alte Stadion und das neue war halt das Sparda-Bank-Stadion. Das ist halt so. Und ich meine, es stand immer da, Sparda-Bank, Hessen-Stadion am Bibererberg, stand ja immer unten drunter unter dem Namen. Und, also ich muss ehrlich sagen, es wäre mir jetzt egal, wenn wir jetzt nicht unbedingt Red Bull Arena heißen, dann, solange es einfach so heißt, demnächst dann, keine Ahnung, ja, Glabsbräu-Stadion am Bibererberg, ja von mir aus, da bin ich wirklich total nüchtern. Da bin ich nicht so historisch und so oldschool, wie ich sonst immer bin. Ja, können es auch Marco-Stucker-Stadion nennen. Das Geld habe ich leider nicht, aber ich spiele fleißig Lotto. Ich spiele fleißig Lotto, weil, ja, ich meine, wenn jeder Kick-Ass-Fan, der regelmäßig ins Stadion geht, so im Schnitt 5000, jeden Samstag Lotto spielt, dann erhöhen wir die Chancen auf dem Jackpot, um den UFC finanziell zu unterstützen. Also hier ein Aufruf an alle, fleißig die Lotto-Schein auszuführen. Lotto für den UFC. Lotto für die Kingers, das wollte ich gerade sagen. Richtig gut. Genau. Ja, ansonsten, wir haben jetzt 41 Minuten auf der Uhr. Hast du noch weitere Themen? Es wird eine kurze Folge heute. Es passiert nicht viel rund um den Bibererberg. Ja, mir ist nur aufgefallen, während wir hier aufgenommen haben, habe ich mich gefragt, wie viel eine Folge, Einwurf es ist. Es ist Jubiläumsfolge, Marco. Wir haben Folge Nummer 10. Ja, Einwurf Nummer 10. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, krass. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass wir schon so viel gemacht haben. Das ist echt so. Die Leute hören unser Gelaber immer noch weiter an. Das fasziniert mich am meisten. Ja, wir haben, wir sind ja dabei, neue Konzepte auszuarbeiten. Also ich meine, diese Einwurf Nummer ist ja auch gerade so, durch Corona auch entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir können ja momentan nicht so viele Aufnahmen machen, mit anderen Teilnehmern, weil wir den Anspruch haben, mit den Leuten in einem Raum zu sitzen und durch Corona ist das nicht möglich. Deswegen haben wir ja Einwurf gemacht und wir arbeiten auch an neuen Konzepten, dass wir jetzt, ja, online mit Fans sprechen. Wir arbeiten an solchen Konzepten, wie gesagt, mit grundsätzlichen Diskussionen. Aber ich habe zum Beispiel auch die Idee letztens mal gesponnen, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen in die Historie eintauchen und vielleicht in jeder Folge einen kleinen historischen Fakt zum OFC erzählen. Ich fand das ganz schön, vielleicht viele haben es mitgekriegt, im Newsletter von Kickers Offenbach, jetzt guckst du, jetzt guckst du, ist immer mal wieder so ein schöner Punkt, wo es um historische Themen geht. Was ist denn so passiert? Und vielleicht wäre es auch für uns mal interessant. Sag mal, liest du nicht den Newsletter von Kickers Offenbach? Ich habe ihn abonniert. Ich mache ihn immer auf, damit die Conversion Rate auch hochgeht und dann wird er gedrückt. Ich lese mir das immer durch, aber ich habe die meisten Berichte dann eigentlich auch immer gelesen. Deswegen überfliege ich es meistens nur, merke, ah ja, kenne ich alles schon. Aber mir ist diese Ecke noch nie aufgefallen. Vielleicht sollte ich doch mal wirklich intensiver mal reingucken. Was ist denn das? Der Punkt heißt, Kickers Retro. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt mal ganz spontan den Newsletter 42 aufgemacht. Da ist dann zum Beispiel der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 1970-71. Also es wird immer mal wieder hier in die Historie reingucken. Ich glaube, wir können mal gemeinsam also vielleicht nicht so tief reintauchen, weil 1970 waren wir noch nicht mal geplant. Genau, also ganz weit weg von Planung. Und dass da über etwas reden, wovon wir gar keine Ahnung haben. Nein, vielleicht eine jüngere Historie, dass wir vielleicht hier ein paar Fakten mal präsentieren und einfach den Podcast noch mehr mit Informationen und Leben füllen. Solltet ihr weitere Ideen haben diesbezüglich, immer mal wieder her damit. Es kommen ja immer mal wieder Ideen rein, wo wir gerne bereit sind, diese aufzugreifen und das zu machen und mal Kategorien zu machen. Wie zum Beispiel, es kam jetzt sehr, sehr häufig in den E-Mails kam ja sehr häufig, ja, ihr könnt ja immer mal wieder so einen Top 3 machen. Was ist denn der Top 3 der besten Spiele? Haben wir ja schon gemacht. Top 3 vielleicht der Stadion, wo wir waren, haben wir glaube ich auch gemacht. Weiß ich gar nicht. Ja. Und dann hört es auch schon wieder auf. Was sind die, lass uns das nochmal machen. Was ist denn so ganz spontan Top 3 deiner Lieblingsspieler festhalten, die du am Bash gesehen hast? Top 3 meiner Lieblingsspieler, die ich am Bash gesehen habe. Regis Dorn, sofort. Was mir da einfällt, César Thier und jetzt wird es schwierig. Ah, es ist zu viel. Zu viel. Wer kommt? Thorsten Jutt. Ich habe jetzt einfach die wilde ersten drei Namen, die mir jetzt da spontan eingefallen sind, mal gesagt. Genau. Jetzt bist du dran. Das war auch voll gemein. Das war auch voll gemein. Ich konnte mich nicht drauf vorbereiten. Ja, natürlich ist es gemein. Ich habe mich auch nicht drauf vorbereitet. Also, ich bin ja ziemlich spät zum Kickers gekommen. Also, ich muss sagen, wer mir wirklich sehr imponiert hat, war immer Wulnikowski. Was der da hinten gehalten hat, das fand ich total cool. Und Elfmeter-Killer gegen Dortmund damals. Und sehr, sehr häufig Elfmeter. Also, das war grandios. Der hat mir, den fand ich super. Ich muss auch wirklich sagen, ich war von ihm kein großer Fan und hinterher konnte ich nicht genug von ihm kriegen, war Christian Kappek. Ich habe mir am Anfang gedacht, ach du Scheiße, jetzt kommt schon wieder so eine Nullnummer. Sorry Christian, falls du es hörst. Aber dann hast du ja voll, also ich muss ehrlich sagen, sehr sympathischer Kerl. Den muss ich jetzt erwähnen, Top 3. Ich meine, du hast die etwas älteren, ich möchte hier andere nehmen. Ich bin ein riesengroßer, jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, André Hahn, den fand ich damals schon grandios, aber ich möchte tatsächlich sagen, Mike Vetter. Er ist bis heute mein Lieblingsspieler, auch wenn es viele nicht verstehen können. Weil er symbolisierte für mich das, was es auf dem Berg lang nicht gab, diesen Fight, dieses Durchbeißen. Er hat sich den Ball an den Fuß genommen und läuft irgendwie an 30 Leuten vorbei, hat noch dabei zwei Leute umgehauen und schießt dann das Tor. Das hat mir wirklich sehr imponiert. Ja. Aber, das jetzt mit mehr Glamour und mit Vorbereitung wäre ganz cool. So Top 3, vielleicht können wir das öfter mal machen und mal ein bisschen schöner aufspielen. Ja, wirklich. Das war wirklich sehr spontan jetzt, ja. Ich weiß auch nicht, wenn ich mich länger darauf vorbereitet hätte, ob ich jetzt die drei genannt hätte, aber doch. Ja, finde ich eine gute Idee. Es gab ja auch wirklich tolle, auch Leute, die uns jetzt ein Konzept geschickt haben, wirklich ein komplett aufbereitetes Konzept, mega geil. Also, was wir machen können, das wollte ich jetzt noch nicht verraten, weil wir erst mal gucken müssen, wie wir das technisch realisieren können. Aber das waren dann auch wirklich coole Ideen, die dahinter stehen. Das finde ich mega, dass die Leute wirklich auch so proaktiv auf uns zukommen und dann mit Ideen das Ganze spicken. Ich meine, das macht es ja auch aus. Also, wir können uns Sachen ausdenken, die vielleicht auch keinen interessieren, aber wenn die von euch kommen, dann, das ist ja dann auch so, das ist ja doch der Punkt, dass es dann auch Sinn macht. Wir machen das ja für euch, wir machen das nicht für uns. der, wie sagt man so schön, der Köder muss dem, dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und in dem Fall sind wir die, sind wir die Angler und ihr die Fische und ihr müsst uns die Köder geben, die ihr, die ihr essen wollt. Und das ist, ja, aber ich finde das mega cool, dass da wirklich auch so viel Interaktion mit uns, in die Interaktion mit uns gegangen wird. Und ja, vielleicht sind dann noch viel mehr Ideen, die ihr habt und immerher damit. Finde ich, finde ich immer geil. Genau. Eine Idee, die ich ja schon die ganze Zeit habe, die mache ich nämlich gerade parallel, während du schwätzt. Ich melde mich gerade an als Mitglied beim Förderverein. Ich habe es ja gesagt, ich muss unbedingt Mitglied werden. Du hast mich ja dazu überredet. Bist du eigentlich Mitglied, Sebastian? Ich bin natürlich Mitglied. Ich bin, glaube ich, in jeglicher Kickers-Institution, die es überhaupt irgendwo gibt. Mitglied oder Spende irgendwo hin. Natürlich, ja. Es wäre auch geil gewesen, wenn ich dich dazu dränge und selbst keins wäre. Nein, ich bin Mitglied. Doch, doch. Und hier auch wieder der Aufruf. Leute, werdet Mitglied beim Förderverein. Gute Sachen. Ist eine gute Nummer. Und ja, ich sehe gerade, wie du Tipps ganz konzentriert hast. Hast du ihn schon abgeschickt? Nee, ich muss jetzt noch meine Bankdetails eingeben. So, das mache ich jetzt gerade. Zack. Ich ermächtige den Förderverein für Aufmacherfußballkultur e.V. bis auf Widerruf, die von mir zu entrichten, Mitgliedsbeiträge zu den jeweiligen Fälligkeits- und zu Lasten des oben genannten Kontos per Lastschrift einzuziehen. Und was du uns noch mitteilen willst, was will ich dir noch mitteilen? Sebastian, sei mal kreativ. Nur der UFC. Genau. So, und jetzt, Achtung, schreibe ich den live im Podcast angemeldet und jetzt lasst mir all die Ruhe. Genau. Und genau jetzt, in diesem Moment, zack, habe ich draufgeklickt und jetzt bin ich ein, ja, jetzt bin ich Mitglied im Förderverein. Es wird Zeit. Es wird Zeit. An alle, die nicht Mitglied sind und vor allem, an alle, die noch nicht, ja, ihre Regressansprüche abgetreten haben. UFC.de seht ihr sofort links oben den Punkt Ehrensache. Einmal draufklicken, wir haben Stand jetzt 2372 Fans, die ihre Ansprüche dem UFC zugunsten abgetreten haben. Das heißt, es ist eine Verzichtserklärung, die ihr unterschreiben müsst. Ihr kriegt als Dankeschön einen Schal und einen Aufkleber fürs Auto, was der Marco sich auch bestimmt draufmachen wird. Tatsächlich zum ersten Mal einen Aufkleber auf dem Auto. Und, und falls ihr dann noch ja, ein, zwei Euro übrig habt, weil wir alle gerade nicht saufen können im Stadion, werdet Mitglied im Förderverein vor offenbarer Fußballkultur e.v. So wie der Marco macht es mir nach. Ich habe es gerade eben getan, ich bin nicht auch endlich, ich weiß nicht gar nicht, wo bin ich überall Mitglied? Ich habe keine Ahnung mehr. Also, wenn es um Kickers geht, da sind wir dabei. Ich habe den Überblick verloren. Sollte es noch etwas geben, wo ich unbedingt Mitglied werden soll, dann teilt es uns mit. Ich glaube, jetzt eben hast du einen Fehler gemacht, jetzt kommen die Leute. Ansonsten, vielleicht noch ein Aufruf ganz zum Schluss. Ja, viele fragen uns immer, wie könnt ihr uns unterstützen? Also, wir sind natürlich immer dankbar für finanzielle Spenden, aber wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, bei YouTube gibt es so einen wunderbaren Button, der heißt Abonnieren. Einfach draufklicken, das kostet gar nichts. Ihr bekommt immer die neuesten Videos sofort angezeigt über eure YouTube-App beziehungsweise über YouTube. Damit helft ihr uns gewaltig. Unsere Ziele sind, wie viel haben wir als Ziel? 500 Abonnenten, aktuell haben wir 350 knapp. Unser nächstes Ziel sind 500 Abonnenten, dann gibt es wieder eine Spende an jemanden. Das heißt, ja, abonniert unseren Kanal, bei 500 werden wir dann die nächste Spende freigeben und vielleicht auch das nächste Projekt machen. Denn auch da, wir sind ja schon wieder, wir haben ja dieses Plakat gemacht, die Kapo-Aktion, es brennt ja schon wieder in den Fingern bei uns, dass wir ja wieder irgendwas aus dem Hut zauern, was es so noch nicht gegeben hat, um dem UFC etwas Gutes zu tun und den Fans das Kickers-Offenbach-Kulturgefühl ins heimische Wohnzimmer zu bringen. Das ist unser Auftrag. In dem Sinne, Sebastian, gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss sagen möchtest? Nein, ich habe mich durchgekämpft, Kopfweh ist nicht wirklich weniger geworden, aber ich bin froh und hoffe, es war eine relativ gute Folge. Ja, du weißt ja, nachdem man oben war, folgt manchmal ein Tal, vielleicht war diese Folge jetzt nicht so spannend, das nächste Mal trinkst du weniger und vielleicht haben wir dann auch ein paar mehr Themen. Sebastian, ich bedanke mich für das Einschalten. Ich bedanke mich bei allen, dass bis hierhin die eingeschaltet haben, die bis hierhin zugehört haben. Ich verabschiede mich wie immer mit den drei Worten nur der UFC und ja, bis ganz bald. Bis dann. Bis dann. Bis dann.